Yo Leute, was geht? Wir sind Postfjena und ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Message bekommen, aber wir wollen heute zu dir kommen. Fischer, was ist den letzten Tag jetzt passiert? Wie gut ist das Video angekommen? Das letzte Video war, dass Abonnenten zuschauen, 12.000 Aufrufe, wieder ein paar Abonnenten dazubekommen. Also wir sehen, ihr Schlawinen da draußen, euch gefällt das. Also schreibt jetzt in die Kommentare, wo ihr spielt, wann ihr Match habt. Wir haben bereits schon einmal eine Challenge bekommen oder eine Herausforderung von unserem Bro Major. Das geht. Yo Steff. Philipp Schobelsberger von Rapid, von Rapid Wien natürlich, hat uns auch eine Challenge geschickt. Die schauen wir uns jetzt an. Wir haben, glaube ich, wieder eine Woche Zeit dafür. Ja. Und ja, mal schauen, was uns jetzt heute erwartet und auch für das Schaffen werden. Ja, servus Jungs. Das ist der Schawin von Rapid. Ich habe letzte Woche euch eine Challenge gesehen, was euch der Major gestellt hat. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist ein bisschen zu leicht für euch. Ihr habt schon gute Technik und sehr viel Qualität gesehen. Und ich habe mir jetzt auch eine eigene Challenge überlegt. Die ist hoffentlich ein bisschen schwerer und bereitet euch mehr Probleme. Und zwar habt ihr jetzt auch Wochen Zeit. Dass ihr außerhalb vom Spielfeld ins Tor trefft. Mit dem Außenriss, mit dem Ferscherl. Ich glaube, da seid ihr sehr kreativ. Und ja, wenn ihr es in einer halben Woche schafft, dann lade ich euch zum nächsten Heimspier ein. Und ja, dann schaffen wir hoffentlich die nächste Challenge. Liebe Grüße und gutes Gelingen. Also, nochmal, wir müssen hinter dem Tor mit der Ferse ins Tor reintreffen. Genau. Das ist das neue Modell, der neue Predator. Schaut sich die Farbe an, die ist schon lecker. Mit diesem Oreo-Pot und so. Und natürlich die neuen X. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr die Schuhe findet. Das ist Schuh 1, also Schuh 2. Schreibt in die Kommentare, Hashtag 1, Hashtag 2. Welcher Schuh euch mehr gefällt und warum aber. Aber ich glaube, wir sind schon mit den Schuhen, wenn wir ein bisschen hinfetzen gut. Wir zeigen, was der Schuh eigentlich alles drauf hat. Genau. Und ja, gebt dem Video ein Like. Kommentiert, wie gesagt, welcher Schuh euch am besten gefällt. Und bleibst dran. Und aktivist die Glacke! Für mich ein wenig. Oh, bravo Rassi! 3 Brav, brav Was ist passiert? Ich wollte diesen Trick machen. Ich bin auf den Ball gestiegen und umknallt. Die ganze Kaffee. Es wird echt schlimm. Kannst du aber noch drehen? Ja. Ich hoffe, ich zeig dir jetzt mal, wo es ist. Komm mit, Alter. Du hast uns herausgeführt, diesen Ball hinterm Tor mit der Ferse reinzuschießen. Ich zeig dir, wie das geht. Gesehen? Mach das mal nach. Danke. Fertig. Philipp hat es schon geschafft. Ja, jetzt fehle ja nur noch ich. Und so wird das gemacht. Post Vienna hat halt. Versprochen am Ende. So, mein lieber Schopsi. Du hast es gesehen. Wir beide haben es natürlich geschafft. War wohl zu einfach für uns. Das Rapidspiel gehört uns. Danke dafür. Wir wollen dich natürlich auch herausfordern. Deswegen versuch das nachzumachen. Wenn du es schaffst, bist du beim nächsten Video dabei mit Post Vienna. Na gut, Leute. Ihr habt es gesehen. Das war wieder viel zu einfach für uns. Ihr da draußen. Natürlich unsere Abonnenten. Ihr könnt es auch herausfordern. Schickt es euch. Schickt es uns natürlich. Eure krassesten Challenges, Herausforderungen, die wir am Platz machen sollen. Und vielleicht seid ihr im nächsten Video dabei. Danke, Schopsi. In dem Sinne. Wir sehen uns beim Mail. Viel Spaß bei der Challenge. Ich glaube, das wird gehen für dich, weil du bist auch ein kranker Techniker. Gebt dem Video ein Like. Kommentiert es. Aber warte, warte. Vergesst nicht zu kommentieren, wo ihr spielt, wann ihr spielt und welche Position. Und welcher Schuh. Denn wir wollen euch zuschauen kommen. Und welcher Schuh euch natürlich besser gefallen hat. Das ist eins. Das ist eins. Das ist zwei. Also, würde uns freuen. Daumen nach oben geben. Glocke aktivieren. Aber spreng den Like-Button. Ehrlich. Bei 200 Likes machen wir noch so ein Video. Dann werden wir wieder rausgefordert. Bis zum nächsten Video. Ciao.